ja herzlich willkommen zu diesem let's play wir sind immer noch auf dem datacron run und versuchen ja alle datacrons soweit es mir alleine möglich ist für euch zu holen damit ihr den meister näher kommt ja wo sind wir jetzt wir sind auf korelle wie gesagt und ich schaue da mal nach wir finden uns hier auf der republikanischen seite donnerwerft und zwar sind wir hier gelandet hier ist der starport müssen jetzt hier den weg hier runter dumm die dumm da biegen wir ab hier lang hier lang hier lang und ungefähr da irgendwo ist der startpunkt zum ersten datacron hier auf korelia so ich habe den ackern mit dabei dann wollen wir mal los hier haben wir den cadillac fliegen wir mal los hier ich werde dann auch wieder die fahrten beschleunigen dass ihr zumindest den weg seht damit ich versuche das für euch so ausführlich wie möglich zu machen damit ihr den weg dorthin findet jetzt sind wir genau an der stelle angelangt wo ich euch das eben gerade gezeigt habe hier ist der praktisch der start anfangspunkt wo es hier los geht und zwar fahren wir erstmal hier die rampe hoch das hat jetzt viel mit jump and run zu tun ich habe extra jetzt hier die kastop genommen weil die kann einen phasen gang legen das kann sein dass wir das das eine oder andere mal brauchen und jetzt müssen wir vorsichtig sein so ich glaube jetzt satteln wir mal ab wir müssen jetzt hier über pfeiler springen und so weiter wir wollen ja nicht herunterfallen ich bin vorsichtig um die ecke ich war schon mit einem schritt daneben gewesen auf den pfeiler müssen wir jetzt rauf und hier laufen wir jetzt nach oben hier so von hier aus springen wir dann da auf den pfeiler drauf ja das klappt ja alles noch wunderbar bis jetzt so wenn wir hier angelangt sind müssen wir jetzt dort rausspringen ich mache dann lieber jetzt erstmal wieder sprinten aus damit wir nicht so ganz komisch zur seite springen und so weiter oh das ging ja gut gleich beim ersten mal das ist ja wunderbar wunderbar schön schön so hier weiter hier hüpf so und jetzt müssen wir hier auf den pfeiler oben drauf springen seht ihr das da oben drauf springen das müsste in dir auch ganz easy gehen wie gesagt ich empfehle euch immer bei solch komisch doofen sprüngen macht sprinten aus ihr springt dann viel genauer luft mit hat so jetzt müssen wir hier oben drauf wird denn mal wie können wir hier von hier aus hey ja und jetzt darum drauf jetzt aufs raumschiff der sprang ist jetzt wieder ein bisschen bisschen doof da müsst ihr echt aufpassen jetzt hier aha komm doch kassi kassi das schaffst du ja wunderbar so von hier aus müssen wir jetzt wieder hier auf die kiste springen jetzt mache ich wieder sprinten an weil wir brauchen ein bisschen geschwindigkeit so also wenn wir jetzt hier runter fallen ist die so schlimm dann können wir gleich fort wieder hier ansetzen wieder hoch jetzt müssen wir da raus springen das ist ja alles noch ziemlich easy easy peasy so jetzt hier lang zack jetzt passt auf vorsichtig ich empfehle sonst auch an dieser stelle sonst zur sicherheit auszumachen ich mache es jetzt auch wieder aus weil wir müssen jetzt hier drauf springen und äh ich habe halt festgestellt das ist nicht schlimm wir kommen von hier aus wieder hoch sollte eigentlich gehen von hier aus äh ich muss mir überlegen wie das noch war so nein also ich möchte jetzt nicht herunter fallen von hier aus ja seht ihr das so also hier auf den rohr gut das sprinten aus ist weil sonst wären wir wahrscheinlich schon wieder viel zu weit gelaufen jetzt hier druff ja wunderbar ah keiner hat mich beide geschubst hier jetzt hier weiter das muss ich mir überlegen jetzt müssen wir da auf die leitung springen weil wir müssen auf die andere seite das sollte eigentlich auch noch ziemlich easy gehen ja Arkan ist schon drüben so hui sprinten an so von hier aus ist es easy wir brauchen einfach nur hier auf diesen äh ja hui auf diesen Vorsprung Sims was auch immer raum springen das ist jetzt noch alles wieder easy von hier aus springen wir jetzt hier die den Pfeiler hoch jetzt wieder vorsichtig und jetzt lege ich gleich Phasengang weil da ist er Arkan der schummelt doch noch nicht der ist schon drüben haha Phasengang jetzt weil wenn wir jetzt hier runter fallen müssen wir den ganzen Scheiß von vorne laufen so da ist der Start-A-Con ihr seht es sogar schon jetzt muss man sehen dass wir da nach rüber springen können ich mache jetzt erstmal wieder sprinten aus weil dann sind die Springe mir einfach einfach viel genauer seht ihr das? es ist echt besser macht es so und schon sind wir da so das war Datacron Nummer eins und das zweite folgt zugleich so kommen wir jetzt zum zweiten Datacron hier auf Corellia und äh wir befinden uns jetzt hier da müsst ihr kurz eben hinreisen das ist ja kein Problem setzt euch in die Dildo Bahn rein und äh ich zeig das mal auf der Map hier sind wir praktisch gelandet das ist ja die Donnerwerft wir müssen einfach nur von hier aus oder von der Donnerwerft aus mit der Dildo Bahn fahrt ihr ins Teil der Arbeit vielleicht könnt ihr euch da schon hin porten das weiß ich ja nicht schnell per Schnellreise und dann würdet ihr Republikanische Schützpunkt Bahn genau an der Stelle landen wo ich jetzt bin ne Teil der Arbeit in dieser ja Anlage halt so und wir wir müssen jetzt hier Republikanische Basis wir müssen jetzt hier praktisch den Weg lang hier huiit da lang hier durch das Gebäude durch hier den Weg hoch und zu dieser Stelle ungefähr müssen wir hin um zum nächsten Datacron zu gelangen das ist unser Weg und dann machen wir das mal dumm dumm aufzatteln zack Amen. So, wir sind genau an der Stelle angegelangt, wo ich jetzt mit euch hinwollte. Und zwar genau da oben seht ihr das. Ich habe ganz kurz einmal die Karte aufgemacht, um mich zu orientieren. Ich weiß nicht, ob das so schnelle, ja gut, doppelte Geschwindigkeit wird das wohl gerade mitbekommen haben. So, auf jeden Fall sind wir jetzt genau an der Stelle angekommen, wo wir hin müssen. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen springen. Da kriegen wir schon hin. Und so langsam kriegen wir Übungen darin. So, jetzt passt auf, hier ist eine kleine Lücke. Seht ihr das? Dass ihr nicht da rein springt. Wie ihr schlämmen könnt, ist heute wieder nach oben. So, jetzt werden wir erstmal hier wieder auf diesem Vordach lang springen. Wir müssen einmal komplett hier umzu um das Gebäude. Auch da war eine Lücke hin gewesen, habt ihr gesehen? Dass er mir da ja noch nicht reinfällt. So, das ist ja noch alles ziemlich easy peasy jetzt hier. Ich meine, das ist ja so breit, da kann man nicht runterfallen, unmöglich. Dumm, didum, didum, das macht so viel Spaß herum. Hups, nicht hängen bleiben. So, hier kommt gleich die erste Stelle, die so ein bisschen gefährlich ist. Wir müssen jetzt hier auf das Rohr da springen. Äh, komm da hoch, Cassie. So, jetzt hier vorsichtig hochfahren. Und jetzt, jetzt wird es für mich auch ein bisschen grammuselig. Jetzt mache ich meinen Maus. Jetzt müssen wir da oben drauf. Müssen wir mal schauen, wie wir am besten hochkommen. Oh, habt ihr das gesehen? Das war ja echt knapp jetzt. So, so geht's. Das ist ja noch alles ziemlich einfach. So. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Ich mache jetzt wieder hier Sprinten an. Wir müssen jetzt da raufspringen. Seht ihr das? Da raufspringen. Das ist natürlich hier die kürzeste Stelle für uns. Also wenn wir auch diesen, das anwählen. So, hier wurde geschafft. Seht ihr mal, wie knapp das war? Das ist wirklich knapp. So, jetzt lege ich mir hier einen Phasengang hin. Phasengang. Zack. Weil. Jetzt wird es kritisch. Wir müssen auf dieses Rohr springen. Und wenn wir auf dieses Rohr gesprungen sind, müssen wir von diesem Rohr hier herunter in die untere Ebene, wo wir draufstehen, müssen wir rausspringen. So, erstmal hier drauf. Zack. So. Und jetzt müsst ihr sehen, dass hier, hier haben wir wieder einen Vorsprung. Theoretisch, wenn wir uns genau so hinstellen, springen wir überhaupt dann auf dem Eisen. Das müsste eigentlich nicht klappen dann. Seht ihr das? Wunderbar. Hat ja wunderbar geklappt. Und da ist da der Kronnummer 2. Ah, ein bisschen gut. Ich weiß. Sag mal. Jetzt auf dem letzten Meter hier. Das war Datakron Nummer 2. Und das dritte folgt zugleich. So, kommen wir jetzt zum nächsten Datakron. Hier auf Corellia. Und so war, sind wir wieder hier. Tal der Arbeit, wo wir gerade eben auch schon bei dem vorherigen Datakron waren. Da sind wir ja hier oben hingeritten, wisst ihr noch. So. Jetzt müssen wir von hier aus, hier runter, durch das Gebäude durch, dann hier um die Ecke, zu diesem Punkt hin ungefähr. Das ist so circa unser Ziel. So. Ich werde das Video gleich wieder ein bisschen schneller laufen lassen, damit ihr zumindest aber den Weg dorthin seht. Ich kann sein, dass ich zwischendurch mal die Karte aufmache. Doppelige Geschwindigkeit wird es nur ein Moment sein. Aber falls ich mich mal neu orientieren muss, dann wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall zeige ich auf dem Weg wieder komplett. Ich bin ein paar Minuten nicht mehr. Ich bin ein paar Minuten nicht mehr. Ich bin ein paar Minuten. So, wir sind richtig. Ich bin aber schon zu weit gefahren. Und zwar müssen wir jetzt hier, müssen wir jetzt hier hoch. Ich zeige euch nochmal auf dem Map, wo ich genau stehe. Seht ihr, genau an der Stelle stehe ich. Ne? Das ist dieses Rohr hier. Das müssen wir hoch. Hier. Dann hier da rauf. Auf das Seil. Ah, der ist gerade da. Auf das Fahrzeug rauf. Haben wir ein Glück. Ja, man muss auch mal Glück haben. Und dann auf dieses Fahrzeug drauf. Und das bringt uns dann auf die andere Seite. Dort, wo wir hin müssen. Oh, da steht ein anderer hier noch. Pnita. Die Kontaktfreudige. Ach, sehr nett. Heldin von Sektion X. So. Der Fahrstuhl bringt uns kurz rüber. Ich werde das mal wieder beschleunigen hier. Und dann geht es hier wupp. Geil schon rüber. Wir sind jetzt angekommen auf der anderen Seite. Wir müssen jetzt da oben drauf springen. Bloß ich es nicht daneben springen. Das wäre jetzt grande Katastrophe. Weil dann müssen wir den ganzen Weg nochmal fahren. Und geschafft. So. Von hier aus können wir ganz normal jetzt hier runter. Hier hüpft. Hier hüpft. Und dann einfach hier wieder hoch. Hüpft. Warte. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht daneben springt. So. Und jetzt müssen wir hier auf diesen Fahrstuhl warten. Hier werde ich mir gleich einen Phasengang legen. Falls ich daneben springe, kann ich hier wupp sofort wieder hoch und versuchen da rauf zu springen. Ich springe so ein bisschen von der Seite, dass ich so, wenn dann dagegen springe. Wisst ihr, was ich meine hier? Zur Sicherheit. Nein. So. Gesehen? Hat geklappt. Wunderbar. So. Wo ist denn jetzt die andere Person? Ich könnte sie eigentlich hochziehen. Sie ist doch daneben gesprungen. Aha. Tja. Hat sie was gesagt? Bitte zieh mich hoch. Schon viermal jetzt. Ich wollte... Äh... Teilweise hart. Ach, ja. Hat sie mir geschrieben. Jetzt, ähm... Wo ist sie denn? Dann ziehst du sie sonst hier hoch. Warte mal. Jetzt muss ich auch genau aufpassen. Wenn der Fahrstuhl den höchsten Punkt hat, dann springen wir rüber. Auf diese Kiste müssen wir springen. Irgendwann hört ihr auf zu fahren. So, jetzt sind wir oben, glaube ich. Ja. Wunderbar. So, kann ich die Person ziehen oder so? Ich bin jetzt innerhalb des Gitters. Ja, es ist... Keine Ahnung, wo die ist. Sie ist weg. Oder wieder ganz zum Anfang hin. Das kann natürlich auch sein. Gut, dann versuchen wir es auch mal weiter jetzt hier. Und zwar müsste jetzt auch passen, wir müssen jetzt hier rüber springen. Jetzt hier. Ähm... Ich würde sagen, das ist der... Der kürzeste Weg ist hier. Hat geklappt. Wunderbar. So, wir hören auch schon das Datacron. Jetzt müssen wir irgendwie irgendwie hier hochkommen. Warte mal. Ach, je, 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 je. Und schon haben wir Datacron, das nächste. So. Das war Datacron... Weiß ich gar nicht. Nummer 3, Nummer 4. Kann man schon mal gar nicht mitzählen, Mensch. Auf jeden Fall sehen wir das nächste sofort. Und ich fände mal, ich würde jetzt mal außerhalb der Aufnahme versuchen, jetzt Pfnita zu helfen. Und äh... Sollen sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Datacron. So, ich habe Pfnita hier hochgezogen. Und zeige ihr nochmal, wo das Datacron ist. So. Ja, da kennt ja nichts. Da helfen wir mal gerne aus, nicht? Ja. Gerne, bitte. Bitte gerne. So. So, ich habe ihr nochmal viel Erfolg gewünscht. Oder ihm, wie noch immer das ist. So. Und zwar... Kompon wurde aufgelöst. Ja, wunderbar. Dann sehen wir uns, wie gesagt, gleich beim nächsten Datacron weiter. Aber jetzt. So. Hier steht wieder an der Stelle, wo wir eben auch eben hochgesprungen sind. Zum vorherigen Datacron. Seht ihr das noch hier? Ich bin hier das Rohr hochgelaufen. Und dann auf dieses Ding darauf gesprungen. Auf diesen... Ja. Ich sag da fast schnell zu. Weil... Wir werden jetzt von hier aus weiterfahren. Das macht jetzt keinen Sinn, jetzt wieder ganz zurückzugehen zum... Zum... Zum Shuttleport. Äh... Zur Dillobahn. Sondern wir können von hier aus am Weiterfahren. Zum nächsten Datacron. Ich zeige euch mal auf der Map, wo wir sind. Genau an der Stelle. Das habe ich ja gerade gezeigt. So. Und von hier aus müssen wir jetzt... Da hin. Ich war da selber noch nicht gewesen. Ich sehe es. Ja. Alles im dunklen Schatten. Also. Hier haben wir uns ja gerade im Datacron geholt. Das war vor. Und jetzt müssen wir auch diesen Weg hier lang. Und dann müssen wir irgendwie hier weiter den Weg hier. Und sobald ich die Map aufgeploppt ist, halte ich kurz an und zeige euch das dann auf der Map. Ne? Aber erst einmal müssen wir in die Richtung. So. Dann saddeln wir mal auf. Ihr seht es ja auch. Da sind wir ja gerade eben mit rüber gefahren. Und sind dann ja darüber geschwungen. Ihr seht es ja noch. Und haben uns das andere Datacron davor geholt. Wir fahren jetzt hier weiter. Vielleicht kriegen wir eine Nachricht. Blumen. Wir haben wieder ein Gebiet entdeckt. Ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter. Fahren mal um die Silberlinge drum herum. Und jetzt haben wir die Map aufgedeckt. Wir schauen nach. Irgendwo wieder nur so ein Stückchen. Aber ich denke schon, wir müssen durch das Gebäude durch. Seht ihr das? Durch das Gebäude durch in die Richtung. Wir müssen ja irgendwie da runter. Nein. Also fahren wir jetzt hier durchs Gebäude durch. So. Schauen wir mal nach. Wir sind fast da. Wir müssen jetzt noch irgendwie hier runter. Zu dem Punkt hier hin. Wahrscheinlich können wir einfach hier den Weg runterfahren. Dann müssen wir da eigentlich auch hinkommen. Machen wir einfach mal. So. So. Ich denke, wir sind jetzt genau zu besagten Punktkrieg gelangt. Das war unser Weg gewesen. Hier runter. Und wir sehen jetzt eine Tür. Und denken, ah, wie kommen wir denn jetzt da rein? Ganz einfach. Wir fahren durchs Leben durch. Raffi-Tücke. So. Mal gucken, ob wir den Gold nicht so vorbeikommen. Oder ob der uns sieht. Jupp. Also den haben wir so umfahren können. Bei denen haben wir so gekinissanze. Die müssen wir mal im Platz machen. Das muss alles next. Das muss sein. Ein bisschen Erdbeben. So. Die beiden noch. So. Einfach den Weg hier folgen. Mal gucken, ob wir den wieder einfach so vorbeischlüpfen können. Wahrscheinlich. Sieht gut aus. So. Man kann das Datacom von Weitem schon sehen. Hier haben wir noch ein paar Gegner noch. Aber ich denke mal, wir können da links dran vorbeilaufen. Und schon. Nächste Datacom. Wir haben einen Matrix-Schlitter bekommen. Be fine, be fine. So. Dann geht es gleich weiter zum nächsten Datacom. Und weiter geht es hier zum nächsten Datacom. So. Bevor ihr jetzt hier losfahrt. Erstmal. Wir sind jetzt hier im Axialpark. Auf der Map gesehen ist es hier. Nein. Da oben sind wir jetzt. Und wir müssen jetzt. Auf der kleinen Map gesehen. In dieses Gebäude rein. Wir stehen jetzt hier oben. Müssen hier durch. Hier runter meine ich. Da müssen wir dadurch das Gebäude durch. Gut, gut, gut. Nein. Hier lang den Weg runter. In das Gebäude rein. Das ist unser Weg. Aber. Bevor ihr losfahrt. Ihr habt vorher auf Corell. Oh, Corell. Ja, das ist eine Schwerte. Auf Alderaan haben wir uns gekauft. Ach, Inventar. Das MGGS. Warum liegst du jetzt da? Du gehörst da hin. So. Also das MGGS. Das MGGS. Dieses MGGS. Das braucht ihr. Nein. Das ist ganz wichtig. Dieses MGGS. Nein. Damit müssen wir uns nämlich hochziehen. hochziehen. Ganz wichtig. So. Ich zeige es euch mal in der Map. Einfach hier gerade runter. Durchs Gebäude durch. Dahin. Muck wie so. Fangen wir an. So. Ich werde das Video wieder beschleunigen. Zeige ich euch den kompletten Weg dorthin. Aber in einer schnelleren Geschwindigkeit. Ich werde das Video wieder beschleunigen. Deinem. So. Wir sind angekommen. Genau in diesem Gebäude was ich gesagt hatte. Das ist ein Museum. und in diesem museum werden alte schiffe ausgestellt müssen wir hinein wir müssen jetzt durch kämpfen weil das schiffen wir nicht ich mag gerne mein erdbeben benutzen weil damit geht es für mich am schnellsten erledigt so den silberling wollen wir mal aus dem weg gehen muss ich alles mitnehmen jetzt pink mich im gebäude rechts ab zum fasch da vorne hin ups so jetzt müssen wir hier diesen gleiter oben drauf und springen dann über die flügel hier aufs gebäude so jetzt lassen wir es hier vorne runter fallen auf den vorsprung alles easy peasy hier so wenn man diese stelle angelangt sind das wäre auf dem map gesehen dort 0 da ins gebäude rein und jetzt sind wir angekommen hier schaut ihr nach oben und ihr seht dafür brauchen wir jetzt das mggs zack und schon sind wir oben drauf hier hat ja wunderbar geklappt so jetzt müssen wir noch einmal hier oh 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 doof hier hoch springen ja dürfen wir wir dürfen okay so jetzt hier ins gebäude rein verlassene passage also ich kann mich daran erinnern eigentlich dass hier mal so hier und da mal ein paar gegner rumstanden keine ahnung jetzt gerade mal nicht auch schön vielleicht hat hier auch gerade jemand für uns aus dem weg geräumt vielleicht derjenige dem wir gerade geholfen haben dass der vielleicht jetzt auch hier gerade durch war oder so aber wir sind angekommen gibt wieder matrix später einen grünen sehr schön so ich würde sagen dann halten wir uns hier nicht lange auf sondern wir machen hier weiter mit dem nächsten datacron so kommen wir jetzt zum nächsten datacron wir befinden uns jetzt im villenviertel regierungsbezirk genau hier kommt ihr an wenn ihr mir ein taxi her düst ich zeig mal auf der großen karte genau da seht ihr das so und wir müssen jetzt praktisch den weg hier hoch wupp 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 zu dieser stelle hin das machen wir jetzt ich werde den weg wieder verkürzen indem ich die geschwindigkeit erhöhe aber warte mal wir müssen da lang ich werde den weg der weg So, wir sind angekommen. Genau hier oben an der Stelle seht ihr das? Wir müssen jetzt in dieses Gebäude rein. Es ist natürlich besser, man holt sich das Starterkorn mit einem republikanischen Charakter. Man kann natürlich auch mit dem Imperialen hier rein. Entweder schleicht man sich durch oder man kämpft sich hier durch. Aber wie ihr seht, wenn man immer in einen republikanischen Charakter kommt, sind die uns alle freundlich gesinnt. Und wir können hier einfach so rein spazieren. Macht uns gar nichts. So, das Starterkorn, was wir uns jetzt holen, war früher, in der Vergangenheit, sehr aufwendig sich zu holen. Jetzt brauchen wir uns einfach nur noch einmal richtig fallen lassen. Und dann haben wir es eigentlich schon. Also diese ganzen Hüpfenpassagen, Quetschereien durch engen Gängen und hast du nicht gesehen, ist alles weg. Sondern wir brauchen einfach nur noch gucken, da müssen wir drauf. Ich empfehle euch, Sprinten ausschalten. Ganz wichtig. Sprinten aus. Und dann ganz vorsichtig rückwärts hier. Hier rückwärts. Ich zeige jetzt mal den Moment, wo ich stehe. Genau an der Stelle. Seht ihr das? Ne? So, ich empfehle euch jetzt, rückwärts, ganz langsam rückwärts euch fallen zu lassen. Sprinten aus und fallen lassen. Ganz langsam. Und dann mit der Laufen nach vorne-Taste, sobald ihr Fallen nach vorne drücken. Ups, das war zu schnell. Ha, ha, ha. Ja, witzig. Ja, das ist so. Okay, so geht's auch. Habt ihr gesehen? Ja, ich hab dir gesehen, wie man es am galantesten macht. Also jetzt haben wir praktisch eine Stufe für uns gespart. Auch nicht schlecht. Und brauchen jetzt nur noch, ja, hinlaufen, Dardakon einsammeln, fertig. Also so geht's auch, ne? Ja, wunderbar. Jupp, so. Wir haben noch ein Datacron, was ich euch zeigen kann. Aber wir haben ja auch noch auf der imperialen Seite ein Datacron. Und das werde ich dann mit Sicherheit dann, äh, und dafür mache ich ja kein extra Video, nur wegen einem Datacron. Das hänge ich dann hier hinterher. Hätte ich vielleicht zu Anfang auch mal sagen sollen. Aber ich schreibe dann nachher eine Überschrift dahin, von wegen, Rap, Imp, fertig. Ne? Also, bis gleich. So, kommen wir jetzt zum nächsten Datacron. Ich zeige euch wieder auf dem Map, wo wir hin müssen. Und zwar stehen wir jetzt wieder hier im Villenviertel. Auf der Wildkarte zeige ich euch mal hier. Corellia, Regierungsbezirk, da oben in der Ecke. Da kommen wir als Republikaner ja an. So. Und wenn wir jetzt da hin möchten, nochmal die Map aufmachen. Wir müssen ungefähr in dieses Gebiet rein. Da ist dann das nächste Datacron. Wir fahren hier lang, hier durchs Gebäude durch. Und dann müssen wir mal gucken, was hier genau ungefähr ist. Und das machen wir jetzt. Satteln wir mal auf. Und fahren in die Richtung. Wir sind falsch. Wir müssen in die Richtung. Also, in die Richtung. Wir müssen in die Richtung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020